Dieter Dove ist ein deutscher Historiker und war bis 2008 Leiter des Historischen Forschungszentrums der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Akademische Laufbahn, sein Studium von Geschichte, Latein, Philosophie und Germanistik schloss er mit der Promotion zum Dr. Will 1969 an der Universität Bonn ab. Seit seiner Promotion ist er Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung. Zunächst arbeitete er als Mitglied der Abteilung Sozial- und Zeitgeschichte und von 1990 bis 2008 als Leiter des Historischen Forschungszentrums der Friedrich-Ebert-Stiftung und bis 2005 des Instituts für Sozialgeschichte e.V. Braunschweig-Bonn. 1999 erfolgte seine Ernennung zum Professor. Sonstige Tätigkeiten beim Archiv für Sozialgeschichte fungierte er als Schriftleiter und Mitredakteur. Er ist Herausgeber der Reprints zur Sozialgeschichte bei J.H.W. Dietz nach der Reihe Politik und Gesellschaftsgeschichte des Historischen Forschungszentrums der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Reihe Die deutsche Sozialdemokratie nach 1945, der Reihe Geschichte der internationalen Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung, der Reihe Quellen zur Geschichte der Deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert, der Veröffentlichungen des Instituts für Sozialgeschichte e.V. Braunschweig-Bonn und der Reihe Gesprächskreisgeschichte Seit 1989 ist die Tadove ehrenamtliches Mitglied im Vorstand der Stiftung Reichspräsident Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, seit 1995 im Vorstand der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung. Forschungsschwerpunkte Doves Forschungsschwerpunkte liegen auf der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und der deutschen Sozialdemokratie sowie vom Vormetz bis in Die Weimarer Republik mit besonderer Betonung des Rheinlandes Sonstiges Dieter Dove lebt in St. Augustin und Braunschweig, hat zwei Kinder von seiner verstorbenen Ehefrau Dorothee Dove-Gepp, Schwarze und ist verheiratet mit der Historikerin Heike Christina Metzing Werke, Monografien, Aktion und Organisation Arbeiterbewegung, Sozialistische und Kommunistische Bewegung in der preußischen Rheinprovinz 1820 bis 1852 Hannover Verlag für Literatur und Zeitgeschehen 1970 Bibliografie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung Sozialistischen und Kommunistischen Bewegung von den Anfängen bis 1863 unter Berücksichtigung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen mit einer Einleitung Berichtszeitraum 1945 bis 1971 Bonn-Bad Godesberg Weltneue Gesellschaft 1976 Führer zu den Archiven, Bibliotheken und Forschungseinrichtungen zur Geschichte der Europäischen Arbeiterbewegung Bonn, Weltneue Gesellschaft 1984-227 S. ISBN 3-878313950 5.0 Herausgeber 140 Jahre Gründung von La Salles Allgemeinem Deutschen Arbeiterverein 1863 in Leipzig Zur Frühgeschichte der Deutschen Sozialdemokratie Dokumentation einer Veranstaltung am 19. Mai 2003 in der alten Handelsbörse in Leipzig Dieter Dove Friedrich Ebert Stiftung Historisches Forschungszentrum Bonn 2003 ISBN 3-89892-1948 Berichte über die Verhandlungen der Vereinstage Deutscher Arbeitervereine 1863 bis 1869 Nachdrucke HRSG Von Dieter Dove Mit einer Einel von Schlomona Amann sowie einem Personenregister, Zeitschriften- und Zeitungsregister und Ortsregister von Max Schwarz Berlin Dietz Werl 1980 ISBN 3-801-2-2095 8 Brandmeister Willy Brandt als Regierender Bürgermeister von Berlin im Spiegel der Karikatur in West und Ost HSG Von Dieter Dove Bildtexte von Siegfried Heimann München Oldsburg 1996 ISBN 3-7892-9380-6 Plus als Mitherausgeber Der Deutsche Gewerkschaftsbörn 1969 bis 1975 Verlag J. H. W. Dietz Bonn 2013 Aufsätze Die Arbeitersängerbewegung in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg Eine Kulturbewegung im Vorfeld der Sozialdemokratie in Arbeiterkultur HSG von Gerhard A. Ritter Königestein Verlagsgruppe Athenium Hein Skripta Hanstein 1979 S. 122 bis 144 Der Arbeitskampf in den Tuchfabriken des Kreises Lennep 1850 in Streik zur Geschichte des Arbeitskampfes in Deutschland während der Industrialisierung HSG von Klaus Tenfelde und Heinrich Volkmann München Beck 1981 S. 31 bis 51 Der Bund der Kommunisten in der Rheinprovinz nach der Revolution von 1848-49. Bonn-Röhrscheid 1970 S. 267 bis 297 Sonderdruck aus Rheinische Vierteljahrsblätter J. G. 34 Die deutsche Sozialdemokratie von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg in Die Soziale Bewegung in Deutschland des 19. Jahrhunderts HSG von Karl-Josef Revinius Unter Mithab von Dieter Dove Mit 274 ABB im Text und auf TAF München muss 1978 S. 37 bis 60 das Rheinland und Württemberg im Vergleich in europäische Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert Deutschland, Österreich, England und Frankreich im Vergleich HSG von Jürgen Kocker, Göttingen, Wandenhöck und M. Probrecht 1983 S. 77 bis 105 Methodologische Überlegungen zum Problem des Hungers in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts In Arbeiterexistenz im 19. Jahrhundert Lebensstandard und Lebensgestaltung deutscher Arbeiter und Handwerker HSG von Werner Konze und Ulrich Engelhardt Stuttgart Klettkotter 1981 S. 202 bis 234 Agitieren, organisieren, studieren Wilhelm Liebknecht und die frühe deutsche Sozialdemokratie Vortrag anlässlich der Gedenkveranstaltung der Stadt Dießen und des oberhessischen Geschichtsvereins zum 100 Todestag von Wilhelm Liebknecht Veröffentlichung der Friedrich-Ebert-Stiftung 2000 ISBN 3 86077-9427 Friedrich-Ebert 1871 bis 1925 Vom Arbeiterführer zum Reichspräsidenten Ausstellung der Stiftung Reichspräsident Friedrich-Ebert Gedenkstätte Heidelberg und der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn Begleitheft mit den Haupttexten der Ausstellung Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung Historisches Forschungszentrum V. Aufl